Harald Kujat widerlegt bei Flavio von Witzleben die sieben Mythen des Ukraine-Krieges, beziehungsweise die sieben Mythen, die in unseren Mainstream-Medien sehr häufig erzählt werden. Ich weiß nicht, bis wann wir genau reagieren. Harald Kujat erzählt ja immer sehr interessante Sachen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Und deswegen würde ich, glaube ich, auch sagen, wir legen gleich mal los, ohne weiter um den heißen Brei herumzureden. Sie waren nicht nur Generalinspektor der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, und damit ranghöchster Soldat der Bundeswehr und ranghöchster Soldat der NATO, sondern sie waren auch, dafür muss ich jetzt extra hier einmal in meine Notizen schauen, sie waren auch Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, der Generalstabschef und Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission, der Generalstabschef. Also sie sind wirklich ein ausgewiesener Experte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier heute zusammenfinden können und dieses Gespräch aufzeichnen können. Und ja, ich habe es gerade schon angesprochen, im Dezember letzten Jahres, vor knapp vier Monaten, haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und jetzt ist seitdem einiges passiert. Rund vier Monate später bildet der Krieg Metastasen. Er breitet sich immer weiter aus. Die Lage hat sich immer mehr zugespitzt. Ja, Herr Kujat, wie blicken Sie denn auf die aktuelle geopolitische Lage, vor allen Dingen im Ukraine-Krieg, wie gefährlich ist die Situation da unten? Das war klar, von Anfang an klar. Wenn die Situation sich tatsächlich zuspitzt, so wie Sie das eben formuliert haben, steigt natürlich die Gefahr, dass es tatsächlich zu einer weiteren Eskalation kommt. Ich habe immer gesagt, wenn wir liefern Waffen, wir unterstützen die Ukraine in ihrem Selbstverteidigungsrecht. Aber die Probleme der Ukraine sind eben nicht nur fehlende Waffen im Augenblick, fehlende Munition, zu wenig Munition, sondern die Ukraine hat auch erhebliche Personalprobleme. Also die ukrainischen Streitskräfte. Die Verluste sind tatsächlich enorm. Und die militärische Lage ist kritisch geworden. Das heißt, das Risiko, so habe ich es dann mal bezeichnet, dass den westlichen Waffen westliche Soldaten folgen, zumindest die Forderung erhoben wird, dass ihnen westliche Soldaten, da steigt natürlich, je schlechter, je schwieriger die Situation für die Ukraine wird. Und tatsächlich ist es auch so, dass der französische Präsident gesagt hat, das können wir nicht ausschließen. Es wäre, ich glaube, das versteht inzwischen jeder, eine große europäische Katastrophe, wenn das der Fall wäre. Aber die Frage ist dann, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Ukraine. Was sich jetzt abzeichnet ist, dass die Amerikaner sozusagen zum Disengagement übergehen, dass sie ihre Unterstützung der Ukraine zurückfahren. Das ist auch verständlich, denn ein amerikanischer Präsident im Präsidentschaftswahlkampf kann keinen Krieg im Hintergrund gebrauchen. Noch dazu ein Krieg, bei dem jeder weiß, dass er nicht mehr lange dauern wird, weil er für die Ukraine verloren geht. Deshalb ist diese Situation ja auch entstanden. Auch verschärft natürlich dadurch, dass der Kongress dieses Paket über 61 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Ukraine bisher nicht gebilligt hat. Und niemand weiß, ob er das billigen wird. Was die Situation, natürlich die Lage für die Ukraine dramatisch verschärft. Dass die Alternative dazu wäre, vergessen habe ich noch, das muss man der vollständige Teil auch erwähnen, das Risiko, dass der nächste Präsident Trump heißt, der gesagt hat, ich beende den Krieg innerhalb von 24 Stunden. Das ist natürlich auch da. Das spielt natürlich im Hintergrund eine große Rolle. Das bedeutet, dass die Europäer diesen Krieg für die Vereinigten Staaten weiterführen sollen, durch ihre finanzielle, wirtschaftliche und materielle Unterstützung weiterführen sollen. Das heißt, auch das, worüber wir schon vor einiger Zeit gesprochen haben, die Europäisierung dieses Krieges schreitet mit großen Schritten voran. Die Frage ist nur, sind die Europäer überhaupt in der Lage, die Vereinigten Staaten zu ersetzen? Nun, sie sind, so ist das abgesprochen worden, sie haben bilaterale Verträge, die meisten von ihnen jedenfalls schon, oder viele von ihnen jedenfalls schon, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, von denen weiß, hier ist die Niederlande, haben bilaterale Verträge mit der Ukraine geschlossen, in denen sie sich verpflichten, die Ukraine weiter wirtschaftlich, finanziell, auch militärisch zu unterstützen, und zwar für die nächsten zehn Jahre. Das ist natürlich eine so existenzielle Situation für Europa, die jetzt entsteht. Eine existenzielle Situation, in der die Vereinigten Staaten sich zurückziehen, die Europäer sozusagen in die Fußstapfen, in die viel zu großen Schuhe der Vereinigten Staaten eintreten. Denn die Vereinigten Staaten liefern ja nicht nur Geld an die Ukraine, liefern nicht nur Waffen an die Ukraine, sondern die Vereinigten Staaten, wissen wir, machen die Operationsplanung im Wesentlichen, sie haben die gemacht für die Offensive im letzten Jahr, übrigens in Deutschland, in einem entsprechenden Hauptquartier hier in Deutschland, und sie liefern Zieldaten, sie liefern Informationen. Ohne diese Unterstützung wären die Ukraine überhaupt nicht in der Lage, diesen Krieg weiterzuführen. Das reicht also. Die Frage ist, worauf läuft das hinaus? Und das hatte ich Sie damals im Dezember auch schon im Interview gefragt. Und damals hatten Sie gesagt, Sie glauben nicht, dass die NATO, dass der Westen so weit gehen würde, eigene Truppen in dieses umkämpfte Gebiet zu schicken, in die Ukraine zu schicken. Würden Sie das jetzt vier Monate später immer noch so sagen, Herr Kujat? Naja, nachdem Präsident Macron diese Ankündigung gemacht hat, stehe ich natürlich nicht mehr zu meiner Aussage. Oder ich sage es so, ich muss sie variieren. Denn wenn Frankreich Truppen, französische Truppen, in die Ukraine schickt, dann sind das französische Truppen. Es sind keine NATO-Truppen. Denn, und die Frage, wenn es tatsächlich dann zu Kampfhandlungen käme, zwischen französischen Streitkräften und russischen Streitkräften, dies wäre nicht der Bündnisfall, also nach Artikel 5. Darüber sollte sich Frankreich auch im Klaren sein. Natürlich entsteht dann eine Situation, in der die Verbündeten Frankreich sagen würden, was tun wir jetzt? Können wir Frankreich da alleine lassen? Dann würde sich Frankreich im Krieg mit Russland befinden. So ist das, ja. Aber es ist nicht der Bündnis. Aber Russland würde wahrscheinlich kein französisches Territorium angreifen. Das muss man dazu sagen. Also Frankreich hat ja schon Soldaten für Ort. Und Thomas hat die Theorie geäußert, dass Frankreich Probleme haben wird, beziehungsweise die französische Regierung Probleme haben wird, die ganzen Zinksärge zu erklären, die sehr bald nach Frankreich kommen werden. Also, und dementsprechend jetzt ganz offiziell Truppen in die Ukraine sendet, um eben genau dies erklären zu können. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich hoffe nach wie vor, dass dies ein Bluff ist. Dass das überhaupt nicht die, wir wissen ja auch in welchem Zustand die französischen Streitkräfte sind. Und ich habe größte Zweifel, dass die einen wesentlichen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine leisten könnten. Aber nach dem, was Präsident Macron gesagt hat, kann man das eben nicht mehr ausschließen. Aber wie gesagt, das ist nicht die NATO. Und der Bundeskanzler hat ja gerade in diesen Tagen noch einmal ganz deutlich gemacht, dass es unbedingt verhindert werden muss, dass NATO-Truppen, NATO-Truppen dann in der Ukraine zum Einsatz kommen und dass es damit zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Und ich hoffe, dass er bei diesem Wort bleibt. Dass dieses Wort hart ist und harte Politik bedeutet. Wir mussten jetzt aber in der Vergangenheit schmerzvoll erfahren, dass die Worte, die gesagt worden sind, nicht immer so eingehalten worden sind, wenn wir uns daran an die roten Linien erinnern, die im Ukraine-Krieg stets überschritten worden sind. Herr Kujat, ich möchte mit Ihnen, ich hatte es in der Intro schon gesagt, die sieben Mythen des Ukraine-Krieges mal heute etwas genauer, unter die Lupe nehmen. Mit den sieben Mythen meine ich die sieben Kernaussagen, die sieben Narrative, die sich immer wiederholen. Und wir fangen mal gleich mit der ersten Kernaussage an. Das ist der unprovozierte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist etwas, was immer wieder gesagt wird. Es wird immer wieder vom unprovozierten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gesprochen. Außenministerin Baerbock bezeichnete den Krieg Russlands gegen die Ukraine damals als Urverbrechen. Aber von russischer Seite wird immer wieder betont, dass der Krieg im Grunde genommen unvermeidbar gewesen ist. Und ja, es wird auch immer wieder betont, dass das, was damals am 24. Februar geschehen ist, im Grunde genommen die Ultima Ratio gewesen ist. Deswegen meine Frage an Sie. Zum einen, wie sehen Sie diese Aussage dieses unprovozierten Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine? Und zum anderen, wie sehen Sie dieses russische Narrativ, dass das damals die Ultima Ratio gewesen ist? Also, das ist jetzt immer ein bisschen blöd, wenn ich jetzt vor Harald Kujat antworte. Natürlich hat Harald Kujat davon weit mehr Ahnung als ich, aber ich versuche es trotzdem mal mit einer Antwort. Beide Narrative sind falsch. War dieser Krieg nicht unvermeidbar? Russland hätte die Möglichkeit gehabt, auf Verhandlungen, auf friedliche Kooperationen zu setzen. Trotzdem war dieser Krieg auch nicht unprovoziert. Also, beide Narrative haben halt relativ wenig mit der Realität zu tun. Die NATO hat beispielsweise einen Putsch 2014 in der Ukraine unterstützt, der die Grundlage für den dann einheitenden Bürgerkrieg und letztlich auch für die Feindschaft zu Russland gegeben hat. Also, das sind ja schon Dinge, die man sehen muss, wenn man diesen Konflikt jetzt neutral bewerten will. Dieser Krieg unter Völkerrechtsgesichtspunkten ein russischer Angriffskrieg ist, das ist außer Frage. Und das lässt sich auch sehr leicht anhand der UN-Charta belegen. Auf der anderen Seite ergibt sich daraus auch das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Das halte ich für unstrittig. Und darüber kann man auch gar nicht diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es durchaus ernstzudemende Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten, die sagen, der Krieg ist vom Westen provoziert worden. Ich würde einen anderen Ansatz wählen. Ein Krieg entsteht ja nicht, weil einer der Kriegführenden sagt, völlig überraschend, heute greifen wir mal an das Land X an. Sondern ein Krieg entsteht aus einer bestimmten politischen Konstellation heraus und er führt zu einer neuen politischen Konstellation. Deshalb muss auch immer am Ende, das ist ja Klausewitz in Reinkultur sozusagen, muss immer neben den Kampfhandlungen auch, darf die Diplomatie nicht suspendiert werden, sondern sie muss versuchen, diesen Krieg zu beenden, und zwar in einem Interessenausgleich zu beenden. Denn nur ein Krieg, der in einem Interessenausgleich beendet wird, mit Verhandlungen beendet wird, der hat auch Bestand für die Zukunft. Also dieser Krieg, sagte ich, ist aus politischen Gründen, hat seine politischen Ursachen. Und da muss man eben zurückgehen, einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie war denn das Verhältnis zwischen der NATO beispielsweise und Russland in den 90er Jahren. Es war ein sehr enges, frauensvolles Verhältnis. Es gab eine enge politische Abstimmung, es gab eine enge militärische Zusammenarbeit. Und dann entstand eine Entwicklung 2002 mit der einseitigen Kündigung des ABM-Vertrages durch die Vereinigten Staaten. Das war sozusagen der strategische Wendepunkt. Dann 2008 der Versuch durch Präsident Bush eine Einladung an Georgien, an die Ukraine durchzusetzen auf dem Bukarester Gipfel. Der gescheitert ist, dieser Ansatz. Aber wie das immer in solchen Fällen ist, wird aus Gründen der Gesichtswahrung dann etwas in das Kommuniqué aufgenommen. In diesem Fall also für diese beiden Staaten eine Perspektive der NATO-Mitgliedschaft erklärt. Das war der politische Wendepunkt. Und da gibt es also genügend Zeitzeugen. Beispielsweise der damalige amerikanische Botschafter in Russland, heute Chef des CIA, William Burns, der damals gesagt hat, das wird Russland so nicht akzeptieren. Es wird eine harte Reaktion geben, auch gegenüber der Krim und Donbass. Er hat das im Grunde vorhergesehen. Und genauso entwickelte sich das dann ja auch. Also, ich will die Antwort vereinfachen. Der Krieg war nicht unausweichlich. Er war von Russland, auch nach meinem Eindruck, nicht von vornherein so geplant. Sondern der Krieg hätte verhindert werden können, wenn man mit Russland verhandelt hätte, ernsthaft verhandelt hätte. Beispielsweise auf der Grundlage der beiden sogenannten Vertragsentwürfe an die Vereinigten Staaten und an die NATO, die Russland am 17. Dezember 2021 verschickt hat. Das ist nicht geschehen. Und insofern gibt es natürlich die eine Variante ist die, Russland hat mit seinem Einmarsch, mit seinem Angriff versucht, letztlich doch den Westen zu Verhandlungen zu zwingen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich favorisiere eher eine andere Variante. Nämlich die, dass Russland, nachdem diese Versuche, den Krieg durch Verhandlungen zu vermeiden, gescheitert waren, versucht hat, nach Kiew zu marschieren, die ukrainische Regierung abzusetzen und durch eine russlandfreundliche Regierung zu ersetzen. Dann wäre der Krieg auch beendet gewesen nach wenigen Tagen. Aber das ist, das muss ich auch aus meiner Sicht zugeben, ist Spekulation. Jedenfalls eines kann man mit Sicherheit sagen. Es war mit Sicherheit nicht die Absicht Russlands, die Ukraine vollständig zu erobern ab dem 24. Februar. Denn der Einmarsch erfolgte mit etwa 190.000 russischen Soldaten. Und gegenüber stand eine Armee von mehr als 400.000 gut ausgebildeten und ausgerüsteten ukrainischen Soldaten. Also so dumm sind selbst die Russen nicht, dass sie glauben, damit sozusagen ein so großes Land wie die Ukraine erobern zu können. Ich glaube vielmehr, dass gerade diese Frage, wollen die Russland auch die NATO angreifen, will Russland die NATO angreifen oder die baltischen Staaten? Ich glaube eher, es geht den Russen darum, tatsächlich eine Pufferzone zu errichten zwischen sich und der NATO, um zu verhindern, dass es tatsächlich zu einer Entwicklung kommt, zu einer Krise, zu einer Eskalation, die nachher politisch nicht mehr kontrolliert werden kann. Jetzt gibt es auch zahlreiche Experten und Analysten, die sagen, dass Russland vom Westen in eine Falle gelockt worden ist, dass man im Grunde genommen von westlicher Seite aus diesen Angriff Russlands bewusst provoziert hätte und dann eben diese politische Agenda durchzuwinken, die wir jetzt sehen können, nämlich dass das Russland isoliert wird und infolgedessen der Westen und in aller vorderster Front Deutschland sich selber wirtschaftlich ruiniert, was natürlich, das haben Sie auch schon mehrfach in Interviews ausgeführt, zugunsten der USA ist. Also sehen Sie auch das als eine mögliche Hypothese, dass da Russland in eine Falle des Westens getappt ist? Ich kann das nicht belegen. Ich kann das nicht belegen. Ja, natürlich kann man es nicht belegen, aber Selenskis Berater haben ja schon kurz nach seiner Wahl 2019 gesagt, ja, wir werden einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine wahrscheinlich 2021, 2022 ausbricht. Auch was, worüber unsere Medien überhaupt nicht berichtet haben. Das sind das Aussagen, die sind später erst hochgekommen. Also das ist, ja, ist doch alles sehr interessant. Also wollte ich nur kurz an der Stelle anmerken. Also natürlich ist das jetzt kein Beleg für irgendwas, aber es deutet schon sehr klar in eine Richtung. Aber wir müssen es, wenn wir es geopolitisch betrachten, dann muss man eben sehen, im Hintergrund spielt ja die Rivalität der großen Mächte, also Russland, China, Vereinigten Staaten eine große Rolle. Und Russland ist sehr eng mit China verbunden. Also nehmen Sie die BRICS-Organisation, also diese Organisation, die sich sozusagen als Gegengewicht zum Westen gebildet hat. Aber in dieser Rivalität der großen Mächte ist die einzige Macht, die wirklich gefährlich werden könnte für die Vereinigten Staaten, die also sozusagen die Vereinigten Staaten als führende Weltmacht ablösen könnte, nicht Russland, sondern China. Und wir sehen das auch, gerade jetzt auch aktuell, dass sich die Vereinigten Staaten aus den Versuchen, aus diesem Russlandkrieg zurückzuziehen. Wenn Sie beispielsweise den Verteidigungsetat der Vereinigten Staaten für 2024 sehen, dann sehen Sie, er ist zu 100 Prozent fokussiert auf eine Auseinandersetzung mit China. Aber das bedeutet natürlich, wenn tatsächlich China der eigentliche Gegner der Vereinigten Staaten ist, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, den Verbündeten, sozusagen den zweitstärksten Rivalen zu schwächen, sodass er den eigentlichen Rivalen nicht in dieser Rivalität unterstützen kann. Das würde durchaus Sinn machen. Es bestätigt nicht diese These, die Sie eben erläutert haben, aber wir sind im Augenblick tatsächlich auch in dieser neuen geopolitischen Weltordnung in einer neuen Phase. Es bilden sich nämlich jetzt zwei Blöcke heraus. Auf der einen Seite nach wie vor die BRICS-Staaten, aber auch diese Shanghai-Kooperation und die Aufnahme von sechs weiteren Staaten seit Anfang des Jahres, darunter Saudi-Arabien, ein bisher ganz enger Verbündeter der Vereinigten Staaten und nach meiner Kenntnis über 30 weitere Staaten, die dieser BRICS-Organisation beitreten wollen, darunter sehr viele südamerikanische Staaten auch. Wir sehen, hier bildet sich ein sehr starker Block heraus. Auf der anderen Seite versuchen die Vereinigten Staaten über die Brücke NATO die europäischen Staaten mit in den westlichen Block gegen China einzubinden. Das heißt also, was wir hier im Augenblick sehen, durch den Ukraine-Krieg ist, diese Entwicklung hat eine neue Dynamik entfaltet. Der Ukraine-Krieg hat dazu beigetragen, dass diese Blockbildung sich verfestigt, dass sie entsteht und sich verfestigt. Das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt, denn es ist ja ein Krieg, der auf einem europäischen Territorium stattfindet. Und das Risiko einer Eskalation besteht eben nicht darin, wie viele sagen, dass ein dritter Weltkrieg entsteht, sondern dass ein großer europäischer Krieg entsteht. Mit dem weiteren Risiko, dass aus einem europäischen konventionellen Krieg auch ein Nuklearkrieg entstehen könnte. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor für Europa, aber eben nicht so sehr für die Vereinigten Staaten. Und insofern haben wir hier durchaus völlig unterschiedliche Sicherheitsinteressen. Nur niemand benennt sie. Das ist eben unser Problem. Würden wir sie benennen, dann würde man auch zu der Schlussfolgerung kommen, und sagt, wir Europäer müssen das Ziel einer Selbstbehauptung, einer politischen, wirtschaftlichen, technologischen, ja und auch einer militärischen Selbstbehauptung, nun gerade aufgrund der Dynamik, die dieser Ukraine-Krieg entfaltet hat, mit massiv vorantreiben. Aber was deutsche, nationale Interessen sind und was europäische Interessen sind, das wird hier ja kaum mehr wirklich noch ernsthaft artikuliert und besprochen. Herr Kuhlert, ich möchte dann ganz gerne mit Ihnen zum zweiten Mythos kommen, nämlich die Aussage, dass Sanktionen Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen werden. Das ist ja etwas, das hat Baerbock schon gleich zu Beginn, die Außenministerin, gesagt, Russland muss wirtschaftlich ruiniert werden, hat sie damals gesagt. Sie hat es sogar noch extremer gesagt. Sie hat gesagt, diese Sanktionen werden Russland ruinieren, quasi als Prognose. Mittlerweile wächst die russische Wirtschaft stärker als in allen westlichen Staaten, was eine interessante Entwicklung ist. Wer ruiniert wird, ist hingegen Deutschland, was uns ist der Wohnungsbau im Drittel eingebrochen, die energieintensive Industrie um 15 Prozent. Und ja, wir erleben eine katastrophale Deindustrialisierung und Verarmung der Bevölkerung, dank der Politik dieser Appel-Regierung und dank dieses völlig irren Wirtschaftskrieges. Aktuell haben wir, ich musste vor dem Gespräch noch mal nachschauen, das 13. Sanktionspaket, das jetzt gegen Russland verabschiedet worden ist und weitere Strafmaßnahmen im Zuge des Todes von Alexei Nanwalny sollen jetzt verhängt werden. Albert Einstein hat einmal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Also ist denn diese Definition des Wahnsinns auf die Sanktionspolitik zu treffen? Sehr zutreffend. Ich glaube, man muss in Erinnerung rufen, was am Beginn der Sanktionen gesagt wurde. Es wurde nämlich gesagt, wir ergreifen jetzt Sanktionen, um Russland zur Einstellung des Angriffskrieges zu zwingen. Und es wird keine Nachteile für die Europäer haben. Das Gegenteil ist geschehen. Russland macht große Fortschritte in seinem Angriffskrieg gegenüber der Ukraine. Und die Schäden, die dadurch entstanden sind, treffen die Europäer. Natürlich auch Russland, aber nicht in dem Ausmaße, wie das beabsichtigt war. Jedenfalls der Effekt, der beabsichtigt war, der ist überhaupt nicht eingetreten. Der wird auch nicht eintreten. Und Russland kommt offensichtlich mit den Sanktionen unter dem Druck der Sanktionen besser klar als die Europäer. Dann können wir diesen zweiten Mythos auch schnell an Akte erlegen und uns zum dritten Mythos übergehen. Nämlich die Aussage, dass westliche Waffenlieferungen die Ukraine in eine starke Verhandlungsposition bringen. Das ist ja auch etwas, das in jeder Talkshow, sei es bei Hart aber fair, Maischberger, Illner, wie sie nicht alle heißen, Tag ein, Tag aus immer wieder betont wird. Und derzeit haben wir die Debatte in Deutschland um Taurus Marschflugkörper. Dem hat Olaf Scholz eine Absage erteilt. Die Außenministerin Baerbock will jetzt den Umweg über UK, über Großbritannien nehmen und befürwortet einen Ringtausch. Wie stehen Sie denn, Herr Kuja, zu dieser häufig getroffenen Aussage, dass die Ukraine über westliche Waffenlieferungen in ihrer Verhandlungsposition gegenüber Russland gestärkt wird? Nun, zunächst muss man sagen, alles das, was als Game Changer, das steht ja dahinter, der Game Changer bedeutet ja, die Russen werden dadurch in eine Position der Überlegenheit gegenüber, die Ukraine werden dadurch in eine Position der Überlegenheit gegenüber den Russen gebracht. Das ist ja alles nicht eingetreten. Alle diese Wunderwaffen, sei es Panzer, sei es Adlerie, sei es Heimers, Mehrfachraketenwerfer, alle haben sich als Nicht-Wunderwaffen erwiesen. Und das Gleiche wäre auch bei Taurus, wenn er geliefert worden, nicht eingetreten. Es wäre eine enorme Eskalation dadurch entstanden, völlig klar. Das hängt mit den spezifischen Leistungsmerkmalen von Taurus zusammen. Aber der Krieg hätte damit nicht zugunsten der Ukraine verändert werden können. Das heißt, der entscheidende Punkt ist eigentlich der bei diesen ganzen Waffenlieferungen, ist die Frage, die man beantworten muss. Versetzen die Waffenlieferungen die Ukraine in die Lage, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu verändern? Also aus der Situation eines Angegriffenen herauszukommen, den Angreifer, so wie es ja die politischen Ziele auch sind, aus dem Lande zurückzudrängen, die Krim zu befreien, die Antwort ist Nein. Im Gegenteil, die Ukraine hat sich mit ihrer großen Offensive enorm verausgabt, hat enorme Verluste erlitten. Die Streitkräfte sind personell überdehnt, die Moral sinkt nach diesem langen Krieg, verlustreichen Krieg. Und die Russen machen Geländegewinne, wenn auch nicht im großen Umfang. Das hängt mit ihrer Strategie zusammen. Sie sagen sicherlich, wir haben Zeit, wir können langsam vorgehen, wir können Verluste vermeiden. Aber das muss man ganz eindeutig sagen, es gibt keine Möglichkeit für die Ukraine, die strategische Lage zu ihren Gunsten zu drehen. Und das bedeutet, dass es eine Frage, der selbst, weil so bitter das ist, muss man sagen, so bitter das für die Ukraine ist, Alle diese Waffenlieferungen haben nicht dazu beigetragen und werden auch nicht dazu beitragen, dass die Ukraine die Oberhand gewinnt. Das ist leider die Wahrheit. Das bedeutet, dass es eine Frage der Zeit ist, wann die Ukraine eine militärische Niederlage erleidet. Wenn man verhindern will, wenn man die Ukraine retten will, wenn man verhindern will, dass sie eine militärische Niederlage erleidet, dann kann man das nur dadurch tun, indem man einen Waffenstillstand vereinbart und indem unmittelbar Friedensverhandlungen folgen. Alles andere führt zu dem Ergebnis, zu dem militärischen Ergebnis. Und dann gibt es keine Verhandlungen mehr. Dann ist auch das, was der Bundeskanzler gerade neulich wieder gesagt hat, wir wollen verhindern, dass ein Diktatfrieden verhindern, dann kommt genau dieser Diktatfrieden, weil wir nicht bereit waren, die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. Das ist der entscheidende Punkt, vor dem stehen wir jetzt. Und es ist nur die Frage, können wir noch mit weiteren Waffenlieferungen diesen Zeitpunkt hinauszögern? Ja, mit dem, was jetzt vereinbart wurde in Rammstein, vielleicht ein paar Wochen, aber nicht viel länger. Es sei denn, der amerikanische Kongress billigt doch dieses 61 Milliarden Paket, dann sind es noch mal drei Monate. Aber letzten Endes wird sich das Schicksal der Ukraine in diesem Jahr entscheiden. Und nach meinem Eindruck eher früher als später. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte? Ja, das Interview gefällt mir sehr gut, aber das schauen wir uns jetzt trotzdem nicht an. Ein gutes Heer, ein gut ausgebildetes Heer entscheidet und kein Waffensystem. Kein Waffensystem. Das ist etwas, was Sie immer wieder betonen. Jetzt kam ja kürzlich die Aussage von dem SPD-Fraktionschef Mützenich, der gefordert hat, den Krieg einzufrieren. Erwartungsgemäß hat er dafür viel Gegenwind bekommen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Naja, ich war überrascht, dass das so kritisiert wurde, denn das Einfrieren des Krieges wird ja in den Vereinigten Staaten schon seit drei Monaten, seit vier Monaten diskutiert. Und ganz offensichtlich ist die Strategie, die die Amerikaner den Ukrainern empfohlen haben, also das, was sie Hold and Build Strategie nennen, genau das, was Mützenich meint. Die Amerikaner sagen, ihr müsst in die strategische Defensive gehen, ja, Verteidigungsstellungen aufbauen, um die dramatischen Verluste zu reduzieren und um das Territorium zu halten, das noch unter eurer Kontrolle ist. Das bedeutet aber auch zugleich, dass zumindest für die vorhersehbare Zukunft Donbass und andere Regionen, aber die Krim sowieso, die von Russland erobert wurden, abgeschrieben werden. Das muss man ganz klar sagen. Es ist sogar in der amerikanischen Diskussion der Vergleich mit Korea erfolgt. Ja, sicher, da ist der Krieg eingefroren worden in einem Waffenschildstand und das hält jetzt seit über 70 Jahren. Aber die Situation, Korea und Ukraine sind überhaupt nicht vergleichbar. In Korea waren die Großmächte, also waren die Vereinigten Staaten und China mit eigenen Truppen vertreten. Die Russen, die Russen indirekt, die hatten also ein eigenes Interesse daran, dass es zu einem Einfrieren des Konfliktes kommt, zu einem Waffenstillstand. Dann wurde über diesen Waffenstillstand ja verhandelt in Paris. Zwei Jahre lang wurde darüber verhandelt. Und ein ganz entscheidender Punkt, der Krieg begann am 38. Breitengrad und er endete dort. Das ist in der Ukraine nicht der Fall. Das heißt also, abgelehnt wird ja das Einfrieren sowohl von Zelensky, der mehrfach gesagt hat, also wir wollen weiter offensiv tätig sein, obwohl die ukrainischen Streitkräfte dazu gar nicht in der Lage sind. Und obwohl sie eigentlich dieses Konzept schon seit einigen Wochen umsetzen. Ja, abgelehnt wird es aber auch von den Russen, weil die Russen sagen, es ist im Grunde genommen nur, wir verschaffen damit der Ukraine nur eine Atempause, die genutzt wird, um die Ukraine wieder aufzurüsten, auszubilden und so weiter. Und dann geht der Krieg weiter. Also die Schlussfolgerung daraus ist, ich würde auf diesen Begriff einfrieren und zwar auf der Frontlinie, so wie sie jetzt steht, darauf würde ich nicht bestehen. Und ich würde sagen, was wir brauchen, ist in der Tat einen Waffenstillstand, der aber unmittelbar gefolgt sein muss von Friedensverhandlungen. Ein Waffenstillstand allein reicht in der gegenwärtigen Situation nicht aus. Das ist die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden. Und warum unmittelbar Friedensverhandlungen danach? Weil eben genau das verhindert werden soll, dass die eine oder auch die andere Seite sich regeneriert und dann den Krieg einfach fortsetzt. Dann haben wir sozusagen den unendlichen Krieg in der Ukraine, der irgendwann dann auch mal das Risiko birgt, dass er sich ausdehnt und zu einem großen europäischen Krieg. Und damit haben Sie mir quasi im Grunde schon die Vorlage gegeben für den vierten Mythos. Denn es heißt immer wieder, mit Putin lässt sich nicht verhandeln. Der Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Auch das ist eine Aussage, die wir Tag ein, Tag aus in den einschlägigen Mainstream-Medien lesen können. Verhandlungen sind in der Ukraine ja per Dekret verboten worden. Wladimir Putin hat jetzt kürzlich in einem sehr viel beachteten Interview mit Taka Karlsson gesagt, dass er zu Verhandlungen bereit ist. Und auch Sie haben schon mehrfach in Interviews ausgeführt, dass damals im April, ich meine am 9. April 2022, es in Istanbul schon ein Abkommen gab, das Abkommen von Istanbul, wo ein Verhandlungsfrieden schon quasi ausgehandelt worden ist. Dieser wurde dann vom Westen aber boykottiert. Wir erinnern uns damals, Boris Johnson direkt nach Kiew geflogen, um Selenskyj das wieder auszureden und davon zu überzeugen, das auf dem Schlachtfeld zu regeln. Ja, was sagen Sie denn dazu? Also kann man mit Putin tatsächlich nicht über Krieg und Frieden verhandeln? Natürlich kann man mit Russland verhandeln. Also die russische Verhandlungsposition, die ist ja auch relativ klar. Ich hatte es ja schon gesagt, weil gerade im Chat einige sagen, ich solle, also auf YouTube schreiben die Leute in den Kommentaren immer, ich soll weniger dazwischen reden. Jetzt hier auf Twitch schreiben die Leute, ich soll mehr dazwischen reden. Also entscheidet euch mal. Also anscheinend habe ich ein sehr divergentes Publikum zwischen YouTube und Twitch. Naja, ist ja auch egal. Natürlich kann man mit Russland verhandeln. Also die russische Verhandlungsposition ist vollkommen klar. Ja, Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Das sind die wichtigsten russischen Forderungen und, also das sind die zentralen russischen Forderungen. Und die Forderung, die wirklich für den Frieden essentiell ist, die Russland wahrscheinlich auch nicht aufgeben wird, ist die der Neutralität. Das war 2022 in den Friedensverhandlungen auch die wichtigste Forderung. Damals wollte Russland auch noch keine ukrainischen Gebiete annektieren. Also das ist eine Forderung, die erst 2022, ich meine im Herbst, dazugekommen ist. Also Russland verschärft seine Forderungen, je mehr sich die militärische Position der Ukraine verschlechtert. Wenn der Westen auf Kompromissunwilligkeit setzt, dann sagt Russland, okay, dann verschärfen wir eben unsere Forderungen. Aber zu Verhandlungen war Russland immer bereit. Also da braucht man auch, glaube ich, gar nicht groß spekulieren. Also da ist die russische Regierung ja völlig offen. Es ist ja nicht so, als ob sie ein riesengroßes Geheimnis aus ihrer Verhandlungswilligkeit machen würde. Zunächst mal, wenn der Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, dann wird es die Ukraine, so wie sie heute besteht, nicht mehr geben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Diejenigen, die das sagen, die glauben ja, dass die Ukraine letztlich Russland besiegen könnte. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Ich will das nochmal ganz kurz sagen. Es wird einmal gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Dann wird gesagt, die Ukraine muss militärisch siegen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Einen Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele erreicht, deretwegen man diesen Krieg führt. Das bedeutet für die Ukraine, sie müsste in der Lage sein, die von Russland jetzt besetzten Gebiete zurückzuerobern, die Russen aus dem Land zu treiben, die Krim zu befreien und so weiter. Das halte ich für ausgeschlossen. Die Frage ist dann die zweite. Wäre die Ukraine in der Lage, Russland militärisch zu besiegen? Russland ist, die russischen Reitkräfte sind so massiv überlegen und in vielen Fähigkeitsbereichen verfügen sie wirklich über Fähigkeiten, die ihnen erlauben, wirklich eine ganz offensive Kriegführung durchzuführen. Ich muss jetzt hier nicht die Hyperschallwaffen erwähnen, sondern beispielsweise die enge Verbindung zwischen Aufklärungssystemen und Wirksystemen, also Waffensystemen, die es ihnen erlauben, praktisch innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, nachdem sie ein Ziel aufgefasst haben, das auch erfolgreich zu bekämpfen. Hinzu kommt die Luftüberlegenheit, über die Russland verfügt, die es ihnen erlaubt, praktisch unbegrenzt ihre Kampfhubschrauber einzusetzen. Also da muss man wirklich sich mal genau informieren, wie tatsächlich die Verhältnisse der Kampfkraft zwischen Russland und der Ukraine sind. Da liegen Welten dazwischen, ganz abgesehen von den personellen Schwierigkeiten der Ukraine. Das ist das eine. Das ist also, wenn wer behauptet, das muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden, das halte ich für völlig unsinnig und auch nicht, überhaupt nicht, im Interesse der Ukraine. Vor allen Dingen nicht im Interesse der ukrainischen Bevölkerung. Da kommt mir überhaupt in der gesamten Diskussion, wo es um Prinzip hingeht, um Werte und so weiter, kommt mir das zu kurz, dass nicht an die ukrainische Bevölkerung gedacht wird, sondern dass die vielen hunderttausend Toten einfach hingenommen werden und dass man bereit ist, weitere Tote und Schwerverwundete hinzunehmen und die Zerstörung des Landes hinzunehmen. So und jetzt aber zu der eigentlichen Frage. Meine Antwort ist, wenn jemand sagt, ja mit Putin kann man nicht verhandeln oder will man nicht verhandeln, kann ich nur sagen, Putin hat ja verhandelt. Also das ist ja schon dadurch die Tatsache widerlegt, dass er nicht nur verhandelt hat, sondern dass er auch bereit war, durchaus ein sinnvolles, auch für die Ukraine ein sinnvolles Abkommen abzuschließen. Denn die wesentlichen Aspekte dieses Abkommens von Istanbul, die hat, was die ukrainische Position betrifft, Selenskyj schon vorher gesagt, vor den eigentlichen Verhandlungen. Selenskyj ist für mich im Grunde eine unglückliche Figur, eine tragische Figur, weil er nämlich durchaus bereit war, ein für die Ukraine durchaus vorteilhaftes Verhandlungsergebnis zu akzeptieren, aber ihm das untersagt wurde. Und sicherlich auch mit der Zusage, du im Übrigen bekommst du alles von uns, was du brauchst, um die Russen zu schlagen. Das hat er nicht übersehen, aber das hat der Westen eben auch nicht übersehen. Diejenigen, die ihn dazu gebracht haben, dieses Abkommen nicht zu akzeptieren, sind davon ausgegangen, dass die Russen zu schlagen wären. Und das ist eine völlige Fehleinschätzung des Westens gewesen, also zumindest der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Aber ich gehe davon aus, auch andere europäische Staaten. Eine völlige Fehleinschätzung. Die russischen Streitkräfte sind heute wesentlich kampfstärker als vor Beginn des Krieges. Sie sind sogar wesentlich kampfstärker, als sie beispielsweise während der Zeit des Kalten Krieges in den 80er Jahren waren. Das und zwar in vielerlei Hinsicht auch technologisch. Und wenn dann, das will ich vielleicht nochmal bei dieser Gelegenheit einmal deutlich sagen, weil es wird ja dann auch immer gesagt, naja, die haben da diese alten T-62-Panzer und sie haben ja gar nichts mehr. Die Russen kalkulieren eindeutig das Risiko ein, dass es zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommt. Und halten erhebliche Bestände zurück, erhebliche Kampfkraft zurück, auch personelle Kampfkraft zurück, für diesen Worst Case aus ihrer Sicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Russen nicht die Absicht haben, die NATO anzugreifen, sondern das im Grunde genommen das vermeiden wollen. Aber sie sehen eben auch aufgrund der Bemerkungen, wie beispielsweise der von Präsident Macron jetzt, aber auch von anderen westlichen Politikern, sehen sie, dass dort ein, na sagen wir mal, ein Restrisiko besteht, dass es doch zu einer militärischen Konfrontation kommt. Und darauf sind sie vorbereitet, darauf haben sie auch ihr Kräftedispositiv ausgerichtet. Darüber muss man sich im Klaren sein. So, was jetzt die Verhandlungen betrifft, da ist ja auch in den deutschen Medien, also in den amerikanischen Medien überhaupt nicht, da sind ja schnell im Foreign Affairs Magazin, aber auch bei Responsible State Craft, sind Artikel erschienen, die im Grunde genommen das bestätigt haben, was auch in ukrainischen Zeitschriften stand, im Zusammenhang mit dem Besuch von Boris Johnson. Jetzt ist ja sogar, das Wall Street Journal hat ja jetzt sogar den Vertragstext in die Hand bekommen. Ja, ich weiß nicht, wie ein russisch-ukrainischer Vertrag nach Amerika kommt, aber sie haben ihn bekommen. Es stimmt, was sie schreiben, 17 Seiten. Sie haben sehr präzise auch beschrieben, was in den Anlagen steht. Beispielsweise, dass es in den Anlagen dieses Vertrags, des 4. Vertrages, da waren Obergrenzen für die ukrainischen Streitkräfte angegeben. Die werden sehr genau im Wall Street Journal benannt, dass die Russen relativ niedrige Zahlen für die Ukraine wollten, die Ukrainer höhere Zahlen. Das sollte dieser Punkt und ein zweiter Punkt, nämlich der Details zu der Regelung für den Donbass, also damals waren es ja nur diese beiden Regionen, Luhansk und Donetsk, sollten in einem bilateralen Gespräch zwischen Zelensky und Putin geklärt werden. Auch das wird deutlich in diesem Bericht des Wall Street Journal. Also alle die Deutschen, die jetzt, ich habe das ja bis zum heutigen Tag, wird immer wieder gesagt, ja, also das sei nicht wahr, dass es einen solchen Vertrag gab, das sei eine falsche Information und so weiter. Aber ich hoffe jedenfalls, dass der eine oder andere durch die Tatsache, dass das Wall Street Journal selbst ein paraffiertes Exemplar offenbar in der Hand hatte, dazu gebracht wird, endlich diese Fehlinformationen, diese Desinformationen aufzugeben. Ja, und das führt uns... Ja, dieses Wall Street Journal verbreitet wahrscheinlich russische Propaganda. Aber ihr habt es hier gerade nochmal von Harald Kujert gehört. Die Bemerkung ist jetzt schon einige Minuten her. Ich glaube nicht, dass die Antwort so lange kommt. Ich wollte ihn halt ausreden lassen. Wenn dieser Krieg so weitergeht, wird es keine Ukraine mehr geben. Das heißt, die Frage lautet nicht, sind wir bereit, mit Russland zu verhandeln, sondern unter welchen Bedingungen wird es einen Frieden geben? Es wird Verhandlungen geben. Und die Frage ist, ob das Kapitulationsverhandlungen sein werden oder Verhandlungen über den Kompromissfrieden. Und da fände ich Verhandlungen über den Kompromissfrieden wesentlich besser, sowohl für die Ukraine als auch für uns Europäer. Also, ja, einziger, der Interesse daran hat, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer auszukämpfen und uns Europäer dann eventuell da auch noch hinzuschicken, wenn es ganz schlecht für die Ukraine aussieht, das sind die USA. Die USA wollen uns Europäer gegen Russland aufwetzen, damit sie sich auf ihren eigentlichen großen Gegner China konzentrieren können. Das ist die geopolitische Situation, die wir aktuell sehen. Harald Koujat hat das völlig richtig beschrieben. Und da sollten wir uns auf jeden Fall dagegenstellen. Also aus unserer Sicht ist das absoluter Irrsinn. Und entsprechend sollten wir erstmal alle Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und dann Druck auf die Regierung in Kiew ausüben, dass sie endlich einem Kompromissfrieden zustimmt. Auch direkt zu dem fünften Mythos, nämlich der Aussage, dass der Westen keine Kriegspartei ist in diesem Konflikt. Der Bundeskanzler Olaf Scholz betont ja auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass Deutschland keine Kriegspartei wird im Ukraine-Konflikt. Und dem gegenüber steht jetzt aber das, was kürzlich in diesem Abhörskandal ans Licht gekommen ist, bei dem hochrangige Bundeswehrsoldaten abgehört worden sind. Man kann das Gespräch auch nachhören. Es hat knapp 37 Minuten. Und sie führen da doch sehr brisante, aufschlussreiche Details auf, wie beispielsweise, dass US-Soldaten bereits sich in zivil in der Ukraine befinden. Aber auch britische Soldaten sollen vor Ort sein. Und es wird ganz offen über einen Anschlag auf die Kärtschbrücke, auf die Krimbrücke gesprochen und auch darüber, wie man das Ganze vertuschen kann. Ja, Herr Kujat, wie sehen Sie das denn? Ist dieses Gespräch der Beweis für Sie, dass das Deutschland der Westen Kriegspartei ist? Für mich war vorher schon klar, dass die Beteiligung, die deutsche Beteiligung, ob nun aus Deutschland oder aus der Ukraine heraus, das spielt dabei keine Rolle, dass die Beteiligung an der Planung und Vorbereitung der einzelnen Einsätze der Schritt ist von der Nicht-Kriegsbeteiligung hin zur Kriegsbeteiligung. Das ist für mich ganz eindeutig. Und ich glaube, das ist auch die Erkenntnis, zu der der Bundeskanzler gekommen ist. Und deshalb habe ich seine Entscheidung so kommentiert. Ja, und bei den USA, Großbritannien und Frankreich ist das relativ klar. Die sind mit eigenen Soldaten vor Ort. Die bedienen ihre eigenen Waffen da. Also nach dem, was Kujat ist, sind die eindeutig Kriegspartei. Das könnte man an der Stelle noch anmerken, wenn man jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf den gesamten Westen rekurriert. Ich habe gesagt, und das wiederhole ich hier heute, ich halte sie für strategisch absolut zutreffend. Ich sehe sie im völligen Einklang mit unseren nationalen Sicherheitsinteressen. Das ist der Punkt Kriegsbeteiligung, ja oder nein. Und diese Entscheidung lässt keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit aufkommen. Das ist ein Punkt, der ja in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht stattfindet. Ich erinnere daran, dass der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in einem Gutachten am 18. März 2022 gesagt hat, Waffenlieferungen ist keine Kriegsbeteiligung, aber bereits die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an diesen Waffen, mit dieser Ausbildung, verlässt man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung. Das halte ich für eindeutig. Ich weise auch darauf hin, gerade im Zusammenhang mit der Taurus-Geschichte, dass das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen eindeutig definiert hat, was denn eine Kriegsbeteiligung wäre. Ich will das jetzt hier nicht wörtlich wiederholen, weil ich habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber es sind die AWACS-Urteile, das letzte ist, glaube ich, von 2008 sogar, in dem das ganz präzise definiert wird. Also, und ich sehe das auch in... Danke, TAU-D3, dass du ein Abonnement vorgenommen hast an der Stelle. So, wie das Bundesverfassungsgericht das festgelegt hat. Das heißt, eine Entscheidung des Bundeskanzlers, Taurus zu liefern, hätte zwangsläufig zu einem neuen Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht geführt und es wäre das Ergebnis herausgekommen, was ich auch erwarte, nämlich, dass es so nicht zulässig ist. Jetzt gab es ja auch einige Experten, Analysten, die gesagt haben, dass im Zuge dieses Abhörskandals, wie er hier in Deutschland genannt wird, es eigentlich zu einem Rücktritt von Pistorius kommen müsste. Auch einige haben gesagt, dass Ingo Gerhards, der immerhin der Chef der Luftwaffe ist und der das Gespräch auch initiiert hatte, dass dieser entlassen werden müsste. Wie sehen Sie das denn? Stimmen Sie den dazu oder sehen Sie das anders? Also, ich kann das deshalb dazu keine Stellung nehmen, weil man müsste es den direkten Vergleich haben zwischen dem, was in diesem Video oder in diesem Abgehörtengespräch gesagt wurde und dem, was das Briefing am letzten Montag im Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung ergeben hat. Dazu müsste man in der Lage sein, das direkt miteinander zu vergleichen. Nur so kann man diese Frage beantworten. Dann kommen wir noch auf den sechsten Mythos zu sprechen. Es wird ja immer wieder gesagt, unsere Medien berichten frei und unabhängig über den Ukraine-Krieg. Russland wiederum betreibt Propaganda. Das haben wir gleich nach Kriegsausbruch. Wurden russische Medien in der EU verboten. Russia Today und Sputnik sind seitdem hier nicht mehr zu empfangen. Und ja, zahlreiche Politiker, die für einen Verhandlungsfrieden sind, denen wird unterstellt, dass sie russische Propaganda betreiben. Ja, und Herr Kujat, auch Sie waren lange Zeit ein gern gesehener Gast in den Mainstream-Medien. Ich erinnere mich noch, als ich Sie damals in den bekannten Talkshows gesehen habe. Das ist seit Ausbruch des Krieges, seit dem 24. Februar, nicht mehr so. Also wie verfolgen Sie das, Herr Kujat, als ausgewiesener Experte? Wir haben ja eben gerade gesprochen, ob Deutschland ein kriegsbeteiligtes Land ist. Sehen Sie, wir haben ja im Grunde genommen drei verschiedene Kriege. Wir haben den militärischen Konflikt, der in der Ukraine stattfindet. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, an dem wir beteiligt sind. Sind wir Kriegsbeteiligte am Wirtschaftskrieg? Das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und wir haben einen Informationskrieg. Und in dem Informationskrieg sind wir auch Kriegsbeteiligte. Selbstverständlich. Also man setzt bei diesem Informationskrieg sogar auf ganz offene Zensur von russischen Kanälen wie Russia Today oder Sputnik. Also das ist ja eine absolute Grenzüberschreitung, was die Ukraine geschossen hat. Beispielsweise. Also sowohl Informationskrieg als auch Wirtschaftskrieg kann man ganz klar einen Haken hinter machen. Daran sind wir eindeutig beteiligt. Jetzt ist die Frage, wie stark sind wir in diesem militärischen Konflikt in der Ukraine beteiligt. Und für Frankreich, die USA und Großbritannien kann man ganz klar sagen, sie sind mit eigenen Soldaten vor Ort. Natürlich sind die da beteiligt. Und auch Deutschland wird immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen. Naja, es ist keine Entwicklung, die einem zusagen muss als Demokrat. Und wenn man meint, die Werte der deutschen Verfassung hochhalten zu müssen. Aber es ist offensichtlich eine Realität, dass wenn man sich glaubt, in einem Krieg zu befinden, in einer Auseinandersetzung, Frau Baerbock hat das ja sogar selbst gesagt, wie für einen Krieg gegen Russland. Vielleicht hat sie unfreiwillig etwas ausgesprochen, was tatsächlich so gesehen wird in der Bundesregierung. Man weiß das ja nicht. We're fighting a war against Russia. Das hat Baerbock ja ziemlich eindeutig gesagt. Und ja, damit entlasse ich euch jetzt mal. Schaut euch den Rest des Interviews gerne selbst an. Signal bekommen, dass es Mittagessen gibt. Also ich bin weg. Deswegen endet die Reaktion hier relativ abrupt. War ein interessantes Interview. Schaut euch, wie gesagt, den Rest gerne selbst an. Wenn ihr es ohne meine nervigen Kommentare hören wolltet, hättet ihr euch auch gleich das Interview direkt bei Flavio von Witzleben ansehen können. ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.